Du willst mit deiner internen Präsentation überzeugen? Dann bleib dran, denn 90% aller unternehmensinternen Ideenvorschläge sind schon vergessen, bevor die Präsentation überhaupt zu Ende ist. Denn die meisten Mitarbeitenden und Führungskräfte sitzen einem fatalen Gedankenfehler auf, wenn sie interne Ideen vorschlagen. Wenn du die sechs Tipps aus diesem Video berücksichtigst, dann schaust du statt in Gelangweilte in sehr begeisterte Augen. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, ein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Sag mal, warum schaust du noch zu? Nun, du willst überzeugen. Und das Intro hat dich auch überzeugt, deswegen bist du noch da. Und dieses Intro basiert auf dem, was ich dir gleich zeigen werde. Wenn du das Video komplett angeschaut hast, dann spring noch mal zurück an den Anfang und seh dir meinen Pitch ganz genau an. Die meisten internen Präsentationen von Ideen sind todlangweilige PowerPoint-Wüsten. Weil sie, das ist gleich der erste Punkt, auf einem Denkfehler beruhen. Erstens, Denkfehler Nummer eins, die Idee zählt. Viele glauben, dass es wichtig ist, die Idee, die sie haben, ausführlich darzustellen. Mit all dem, was in die Idee reingehört. Und die Idee so schillernd wie nur möglich darzustellen. In der Hoffnung, dass die Idee dann zündet. Und alle denken, boah, was für eine geile, geniale, super Idee das ist. Leider funktioniert es so nicht. Deswegen beginne mit Tipp Nummer zwei. Was ist das Problem? Das ist das, worum es geht. Du musst darstellen, was überhaupt das Problem ist. Weißt du, wenn ich dir den tollsten Verbandskasten versuchen würde zu verkaufen, ja, wenn du keine Schmerzen hast, dann willst du das nicht. Wenn ich die tollsten Pflaster habe, aber du keine Wunde, warum solltest du die kaufen? Vielleicht so ein bisschen auf Vorrat. Aber das ist nicht unbedingt das beste Geschäftsmodell. Deswegen ist es so wichtig, wenn du eine Idee präsentieren willst, ganz klar und so schnell wie möglich das Problem anzusprechen. Erst dann hast du die Chance, dass man dir wirklich zuhört. Denn ansonsten fragen sich alle Zuhörer die ganze Zeit, warum soll ich noch weiter zuhören? Und deswegen ganz direkt und knallhart ganz klar auf das Problem gehen, das dann von deiner Idee gelöst wird. Wenn dir das Video bislang gefällt, drück doch jetzt auf den Daumen nach oben Knopf. Dritter Tipp, wie löst du das Problem? Was ist jetzt die Idee, mit der das Problem gelöst wird? Jetzt kann die Idee mit reinkommen. Das ist völlig in Ordnung. Aber mach sie nicht zu schillernd. Stell einfach da, hier ist das Problem. Und hier ist die Lösung, um dieses Problem dann eben nicht mehr zu haben oder vielleicht sogar auch Chancen daraus zu generieren. Aber das ist entscheidend. Beginne bei dem Problem und bring dann deine Idee an. Damit man dir dann auch wirklich weiter zuhört, ist wichtig, den vierten Punkt zu beachten. Welches Potenzial hat die Problemlösung? Weißt du, wenn du ein Problem von einem einzigen Mensch löst, das ist bestimmt toll für die Menschen. Aber wenn du im Unternehmen überzeugen möchtest mit deiner Idee, dann sollte da schon ein bisschen mehr dahinter stecken. Deswegen ist es wichtig, so ein ganz grobes Mengengerüst darstellen zu können. Das muss nicht auf heller und Pfennig, auf jede einzelne Person oder potenzielle Kunden oder was auch immer deine Idee dann auch beinhaltet sein. Aber ein gewisses Mengengerüst ist einfach wichtig, damit sich deine Zuhörer vorstellen können, ist das etwas in einer Größenordnung, die für uns interessant ist? Ist es in einer Größenordnung, die für uns auch handelbar ist? Zu dem Mengengerüst gehören beispielsweise, für wie viele Personen könnte diese Idee dann tatsächlich relevant sein? Wie viele Personen haben dieses Problem? Was sind potenzielle Kosten, um diese Idee zu verwirklichen? Was sind potenzielle Einnahmen? Einfach so eine ganz grobe Rechnung, um aufzuzeigen, was steckt tatsächlich für ein Potenzial dahinter? Wenn du übrigens dein Potenzial heben möchtest, dann schau doch mal hier in unsere Online-Akademie. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Kurs, der dir dabei weiterhilft, in deiner Karriere voranzukommen. Tipp Nummer 5 für deine interne Präsentation. Warum du oder warum ihr als Unternehmen? Du hast ein Problem, du hast eine Idee, du hast darauf aufgezeigt, was die Idee tatsächlich bedeutet, beispielsweise Mengengerüst oder was man dort einnehmen könnte. Aber du musst auch die Brücke schlagen, warum könnt ihr dieses Problem lösen? Warum siehst du, dass ihr die Chance habt, dieses Problem zu lösen und diese Idee anzugeben? Weißt du, selbst wenn es für dich vielleicht offensichtlich ist, ist es möglicherweise für deine Zielgruppe, andere Entscheider oder Führungskräfte im Unternehmen nicht. Deswegen musst du ganz klar zeigen, dass ihr das drauf habt. Vor allem dann, ich hatte neulich in einem Workshop mit Führungskräften genau auch dieses Thema, dass jemand in eine neue Branche reingehen wollte, aufzeigen wollte, welches Geschäftspotenzial dort besteht. Und das sieht auch nach einer sehr, sehr guten und umsetzbaren Idee auf. Aber derjenige hatte nicht bedacht, aufzuzeigen, wie sie eben als Unternehmen ihr bestehendes Know-how in diese neue Branche überführen können. Und wenn diese Brücke nicht gebaut wird, dann sorgt es bei den Zuhörern dafür, dass sie sich fragen, ja gut, wir können, was weiß ich, nehmen wir ein Beispiel angenommen, ihr kennt euch super im Automobilumfeld aus und wenn jetzt jemand vorschlägt, ja, lass uns doch in die Medizintechnik gehen, dann werden die Zuschauer zuerst denken, die Zuhörer, die Führungskräfte, denen du präsentierst, denken, ja, Automobilbau und Medizintechnik hat doch nichts miteinander zu tun. und dann die Idee möglicherweise sofort ablehnen. Wenn du aber aufzeigst, was hier für Probleme bestehen und die Analogie zu den Problemlösungen, die ihr in der anderen Branche schon habt, wenn du die Brücke baust, dann hört man dir auch weiter zu und dann wird man auch verstehen, dass es vielleicht Sinn macht, sich weiter mit der Idee auseinanderzusetzen. Und damit kommen wir zum sechsten, dem letzten Punkt und auch dem letzten wichtigen Punkt in deiner Präsentation, was ist der nächste Schritt. Mache einen konkreten Vorschlag mit einer Zeitdauer, mit einem möglichen Invest von Zeit oder vielleicht auch Geld, um den nächsten Schritt zu gehen. Und zeige auch auf, was das Ergebnis des nächsten Schrittes ist. Geht der mit einem Risiko einher, dann zeige das auch auf. Ganz wichtig ist in so einer Präsentation wirklich am Ende zu sagen, meine Empfehlung ist, dass wir als nächstes A, B und C umsetzen. Dafür brauche ich drei Tage Zeit für mich selber und ich brauche vielleicht 1000 Euro, um bestimmte Dinge anzuschaffen oder zu recherchieren oder irgendwo hinzureisen, whatever es sein mag. Zeige auf, was ist der nächste Schritt und sage, und wenn wir das gemacht haben, dann kann ich euch dadurch noch konkreter aufzeigen, wie groß das Mengengerüst ist oder wie ein erster Kunde darauf reagiert. Vielleicht kannst du in den ersten Dialog mit potenziellen Kunden gehen. Egal, was es ist, aber zeige auf, was ein nächster konkreter Schritt ist und zwar der Schritt, den du empfiehlst. Dann können nämlich die Zuhörer auch sagen, na gut, also Idee macht irgendwie Sinn, Problem kann ich verstehen, warum wir das machen können, kann ich auch verstehen. Der nächste Schritt sieht sinnvoll aus, dann gebe ich dafür vielleicht das Budget oder die Zeit oder die Unterstützung auch leichter frei. Wenn sich deine Zuhörer fragen, ja und was sollen wir jetzt tun? Sollen wir jetzt sofort hier 100.000 Euro zur Verfügung stellen, um das umzusetzen? Dann werden sie sich wahrscheinlich eher dagegen sträuben oder zumindest es dauert dann viel zu lange. Und in der gesamten Vorbereitung deiner Präsentation solltest du dir permanent eine Frage stellen. Und die Frage ist, was kann ich in der Präsentation weglassen? Versuche sie so kompakt wie möglich zu machen und nicht immer mehr noch dazu zu fügen, sondern alles wegzustreichen, was nicht notwendig ist, damit du dich wirklich auf die Kernmessage konzentrieren kannst, damit auch die Kernmessage ankommt bei deinen Zuhörern, denn wir sind relativ schlecht darin, uns viel zu merken, vor allem wenn etwas sehr, sehr neu ist. Deswegen lass so viel wie möglich weg, konzentrier dich auf die Dinge, die ich hier vorgestellt habe und dann wünsche ich dir viel Erfolg mit der Präsentation. Und jetzt abonniere doch bitte den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und seh dir dieses Video an, das ich für dich rausgesucht habe und denk immer dran, Glück sei ein Talent.